Liebe Fangemeinde des FC Hansa Rostock, Unterstützer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Verein ein wenig Geld spendet für den Kunstrasenplatz, der leider gewechselt werden muss, weil er jetzt schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, dass die Knochen dann darauf schmerzen. Die Jungs, die heutzutage darauf trainieren, Verletzungen bekommen werden und wenn man hier einmal in dieses Stadion kommen möchte, muss man natürlich als junger Spieler fleißig trainieren und da hoffe ich und würde mir wünschen, wenn ihr mit so viel Geld wie möglich diesen Verein weiter unterstützt. Vielen Dank. Euer Beitrag, unser Versprechen, gemeinsam erfolgreich. Helft auch ihr dabei, die Träume unserer neuen Helden zu verwirklichen. Spendet jetzt für euren virtuellen Quadratmeter.